herzlichen willkommen zurück zum daily ranking immer noch mit marvin guten tag wir haben den first pick will ich quark spielen willst du quark spielen ich habe noch größer früher also hier könnte ich auch quark spielen dann dann bei nicht mal was anderes was war nicht denn dann war war nicht doch mal zu rennen aber quark wird wahrscheinlich gebannt aber dann kann ich dir immer noch helio pickmen du magst auch spielen dann pick ich dir doch helio und du kannst mir black man vielleicht holen genau das wäre super wobei du hast eigentlich gesagt du magst du machst wegen der quest ne ist deine quest ist schon vorbei für aurora ne aber ist ja nicht schlimm genau pick double kagan in rank ja da hätte ich nichts gegen auswählen kannst du halt du mit blackburn ja ich habe nicht für blackburn diese tolle hier rankten vfx für seinen haupt schuss habe ich jetzt so schöne goldene schüsse guck mal der wick ist wieder bei uns mal sehen ob das jetzt die mal was wird der mit dem puppy puppy ding so versuchen nicht zu sterben anlockt was nehme ich denn jetzt mal was mag ich denn wenn ich noch dran ne ne auf Später geh ich noch. Achso. So. Backgrounds unlocked. Ah, das sieht auch schick aus. So können wir swappen. Äh, ja, hier. Swappen. Genau, VFX ausgewählt. Moment mal. Wut? Moment mal, hier wurde was umgebaut. Fuck. Mein normaler Mod für meinen Equalizer wurde geändert. Frech. Ähm, Revealing. Ignorst Cover for the turn. Ja, Increase Range. Ähm, Greenest Damage. Schnelles Bullshit. Nein! Ich habe jetzt ein Mod-Token nicht vergeben. Naja, nicht so schlimm. Ja, ich habe jetzt auf einer Fähigkeit eine 1er Mod und auf den anderen Fähigkeiten eine 2er Mod. Frech, da wurde einfach eine meiner Hauptfähigkeiten hier diese Close-Quarter-Fähigkeit. Weil wenn jemand direkt vor dir steht, machst du 6 mehr Schaden, wurde einfach weggenommen. Jetzt hat das... Du machst 6 mehr Schaden, wenn jemand gedasht hat die Runde. Wow! Treffe ich doch nie und nimmer. Ja, höchstens mit dem Flächenangriff. Ja, aber... Weiß nicht. Finde ich nicht so geil. Wenn das komplette Team desht und du alle dabei triffst, dann sind das... Ja. Ja, okay. Aber... Wann trifft man schon diesen optimalen Fall? Wir hatten, glaube ich, ein Rank mal, wo die jetzt beim Lockwood, wo ich Lockwood gespielt habe und die haben immer, wenn ich meine AOE gemacht habe, ist noch einer reingedasht. Der wird gesagt, hm, triffst zwei Leute, dash ein Dritter rein, alles klar. Neh, nehm ich. Der Titus lädt nicht. Vielleicht ist er abgestürzt. Ja, oder Holz-PC. Jetzt lädt er nicht. Ah, verdammt. Holz-PC. Holz-PC. Der Hamster musste erst Essen kriegen, damit er rennen kann. Ja, dann wahrscheinlich bin ich schon an zu qualmen oder so. Musst ein bisschen runterglocken. Das wird das nix. Spielt wahrscheinlich noch auf 640x480. Mit gutem minimal 30 Hertz. Weiß gar nicht, hatten die CRT-Bildschirme nicht auch? 60 oder 75 Hertz? Ja, die hatten wir auch schon mehr, ja. Gehalten. So, hoffen wir mal, dass jetzt die Runde wird. Und ich habe jetzt gerade meinen Creator-Background reingenommen, um zu zeigen, ich gehöre zum Creator-Programm. Komisch, mein Creator-Background hat es übernommen, aber mein kleines Icon nicht. Das habe ich mich eigentlich auch geändert. Waja, auch egal. So, DKN fail to connect. Das war der Titus im Gegnerteam. Ja. Wenn wir Glück haben, benutzt du direkt mal einen Catalyst. Und geh da hin. Gibt irgendjemand mal was ein? Dann mach ich halt zuerst. Okay. Wettbewerb über Gewalt. Okay. Hatsache ich keine Vision auf. Nein. Guck hin. Nein ich hab keine Vision auf sie. So, damit. Dann lauf ich halt einfach rein, ne. Soll ich neben mich stellen? Sie steht ja eh in Deckung. Und macht sie sogar noch mal in zweite Deckung, also pfff. Scheiß drauf sozusagen. Gib mir trotzdem ein Schild. Hat Titus? Nee. Titus ist noch einmal gelaufen. Dann ist er wahrscheinlich schon reconnectet. Denk ich. Auch wenn's das nicht mehr, nicht mehr angezeigt hat. Schade. Alles klar. Die haben was vor. Ob er wohl gelaufen ist? Hm. Wer möchte denn das Black Hole haben? Ja, stimmt natürlich. Moment mal. Probieren wir mal, ob wir ihn treffen. Ich stehe gut hier. Ja, ich widerstehende, hat das Ding hier aufgehoben. Ja, aber er kann auch bloß drüber gelaufen sein. Aber er kann nicht weit drüber gelaufen sein. Dankeschön. Also ich hab jetzt meine Granate benutzt wirklich, weil ich einen Reveal-Mod drauf hab. Ja, er steht genau drauf. Perfekt. Er kriegt hier glaub ich 35 und ein Reveal rein. Guter Mensch. Oh, er kriegt richtig bitter was ab. Er hätt wahrscheinlich auch einfach schießen können. Er hätt wahrscheinlich auch einfach schießen können. Boom. Du Reveal-Granate ist zu fies. Deswegen sag ich ja, guck guck. Ach, verdammt. Nur ein Objektiv. Kein Veränderung. Torhund. Das muss ich auch noch machen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt gerade auch schon diese neue Partikel-Effekte sieht. Was ist das denn da schon geworden? Beflüge. Wall of pain! Wall of pain! Wall of pain! Bunker auf! Ich glaub sie ist gefated. Ne der Kagan ist gefated, oder? Ja, ich hab meine Augen geöffnet. Ahhh, man kann es eigentlich nicht nachgucken. Ich achte immer wenn ich hier unten auf das... Natürlich. Aber nicht andersweise in der Nähe. Ich verstehe natürlich. Genau da. wo auch sonst ich muss mal kurz es ist das ist mein glück das kenne ich doch immer dass ich immer genau drin stehen bleibe das macht das dagegen doch immer guck mal er steht neben mir okay bis ein bisschen umzingelt so ein klitzekleines bisschen aber deswegen und du dies to me noch ernsthaft ich kann jetzt ein schild geben also dann gib mir mal ein schild bei ich kann wieder 40 der menschen na gut konzentrieren wir uns mal auf den erhält ganz cool wenn die anderen mit hier hochkommen würden und sich im titus mal blöden ignorieren würden aber die ballern ganz auf den titus rum ich bin jetzt in der nächsten so ich bin jetzt schon tot ach man sie hat genauso gelaufen wie ich bin ich ein bisschen zu hart reingegangen okay gut er trifft halt zwei leute einer davon in deckung er sollte wahrscheinlich hier hin ziehen weil was hat man das kagel hinter sich bringt und damit lockt nur noch eintrifft aber macht er nicht okay gut ich nicht wette jetzt machen die hat konzertes feuer im gegensatz zu uns und ich wurde nicht ganz so doll gefokust das schon muss wahrscheinlich jetzt weiterhin gefokust werden soll es also unter umständen dir selbst das chip geben target acquired laufen wir da nie mit das kann halt immer noch einmal auswirchen der rest hat eigentlich genug leben es gibt keinen grund für kagan zu daschen oh wenn er jetzt fallot zu tot der taunt ist auch so geil na er läuft nicht rein er läuft nicht rein ich probier mal was mal sehen wo er hindurcht sie will also oder wahrscheinlich das schon dem war ich schon mal aus der blöden ulti hier ausgewickelt sie wollen ich aber erinnert du willst sie oder wird man muss auf die heilung hat sie schon gelöscht sie kann nicht auf die heilung da ist wir müssen eine vkos weiss da darfst du hin ich lauf zur richtung mitte damit es irgendwie etwas ist ok jetzt fliegt er durch deine band oder hast du das shield jetzt das gemacht das black hole ist das oder was Stand in line! Du bekommst es! Du kannst es mit dem Weg machen. Nein, wenn ich einen eingetroffen bin, bestimmt nicht. Okay, stand nicht. Jetzt sagen wir einen neuen, you can't see cool und so ein enemy can't be seen. Ah, bin tot. Wohl, ja. Glorious Huminescence. No more Heinz. Wui, plop. Boah, überlebt es halt. Oh, nice. Nice. Oh, das ist bitter. Sie kann nicht dashen. Ja, aber sie würde einfach rein ulten. Drei Leute mit der Ulti treffen, ist da trotzdem dann wert, ne? Okay, Brünn weicht aus. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Hau mal ihr 40 rein. Ah, sie hat mich eh nicht drin. Sehr gut, dann mach ich den 2. Und schlecht nur einen. Ja. Wir hätten sie töten können. Ja. Aber wer ist das wert gewesen, 45? Stabilisieren. Ja, wahrscheinlich. Auf dem Frontliner wahrscheinlich schon, oder? Hätten wir jetzt ne Überzahl, ne große. Wieder. Da, 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 da. Wo packe ich mich jetzt hin? Oh Gott, die spawnen jetzt rechts alle. Oh Gott. Die stehen jetzt alle gleich wieder um uns rum. No one can save you now. She, she can't jump next turn. Was hat sie gerade gemacht? Ich ist gesprungen. Oh man, das fühlt sich gut. Oh man, das fühlt sich gut. So, was mache ich jetzt? Ich versuche mal was. Muss ich nämlich jemanden treffen? Oder habe ich genug Leute treffen? Auf, auf. Forward Munch! Oh, da treffe ich sie leider nicht. Und dann wäre sie auch nicht tot gewesen, wenn ich sie getroffen hätte. Von daher, Schatz drauf. Hmm, schade. 70 ist schon in Ordnung. Es ist okay, aber hätte besser sein können. Ach, fuck. Ah, ich muss noch stöten sein. Ihr steht alle ganz schön nah beieinander. Ja. Bin ich dagegen. Nice dodge. Boah, mehr oder weniger Zufall, weil ich dachte, er geht eher auf euch. Und ich wollte eigentlich ihn treffen. Guck mal, der tote Suki. Ah, sie hat Unstoppel. Das ist fies. Ah, er hat... er hat... Schade Leute in dieser Region. Schau sie aus! Dass der Titus nicht reingeht, um seine Ulti zu machen, ist gerade richtig gut für uns, ne? Ja, das ist echt angenehm. Dass der halt einfach keinen Bock hat... Moment mal, wo ist denn Titus da? Was hat denn der? Der macht extra 10 Schaden, wenn du unterhalb leben hast. Also, ne, einfach extra execute. Ja, genau. Aber sind wir gerade nicht, also von daher... Hmm... Na, ich wahrscheinlich am ehesten. Ach, schade. Ja, aber sie kann ja eh nicht mehr... Ja, das ist cool und okay, da kann sie sich wieder heilen. Das ist aber alles. Ja... 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 Ich bin schon dabei! Ich hab ja schon mein... mein Ziel geändert... Ist ja okay! Ach, war ich von euch ein Schild? Bin ich eigentlich nicht. Ne, ich glaub nicht, dafür ausweichen. Äh, pinkt der halt diese verrückte rein, ey. Ich bin aber auch noch ganz... Ja, aber die Ulti müsste sie doch trotzdem treffen. Ja, genau. Die Ulti trifft sie halt trotzdem. Alles top. Das ist ein riesen AOE. Der trifft schon. Und wir töten halt ihn und dann haben wir gewonnen. Ah, da kommen meine 28er Granate. Wuiiii! Abgereicht! GG! Das fliegt doch deutlich besser. Ja. Aber Blackburn ist halt nicht ganz so wichtig, sich perfekt zu positionieren. Ich hab immer noch keinen Gd-Boost. Ich hab keinen Gd-Boost mehr! Kein Gd-Boost ready. So. Ich hab nicht meine meisten Schaden. Unser Wig hat den meisten Schaden. Bronze 4! Ich bin schon Bronze 3. Wuhuu! Ah, das lief ganz gut. Ich bin nicht mehr an allen 5 Kills beteiligt. Frechheit, ey. Jo, das war's dann für heute mit dem Daily Ranking. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Auf Wiedersehen. Diesmal ohne Marvin es auf Wiedersehen rauszuschneiden. unter. Ja.